Heute zeige ich Ihnen ein wirklich innovatives Produkt. Ein Produkt, das drei Produkte in einem umfasst. Wir haben einen gepanzerten Rollladen, der auch als Zwischenschirm aus stranggepresstem Aluminium von großer Widerstandsfähigkeit dient. Wir können ihn in sechs Standardfarben und in allen anderen gewünschten Farben haben. Das Schöne an diesem Rollladen ist, dass er im Moment des Öffnens Luft zwischen einer Lamelle und der anderen strömen lässt. Hier funktioniert er sowohl als Rost als auch als Sonnenschirm. Wir haben eine extreme Robustheit. Wir können uns gegenseitig schlagen, so viel wir wollen. Wir können mit einer Sänfte gehen, mit einem Brecheisen. Man kommt hier nicht rein. Es ist eine Zertifizierung der Klasse 3 und Klasse 4, je nach Modell. Ich zeige Ihnen, was los ist. Und es ist im Haus. Wir können den gesamten Rollladen öffnen, da Sie normal nicht mehr und nicht weniger angreifen können. Wenn wir sie dann absenken, können wir sie einfach in der Zwischenposition stoppen, indem wir die beiden Kettenriegel schließen. Wir haben ein Gitterschutzgitter, das ästhetisch sehr schön ist und sehr sicher. Außerdem können wir durch das Absenken, das Licht regulieren und völlige Dunkelheit erzeugen, was die Sicherheit noch erhöht. Wir setzen die Sonnenschutzfunktion wieder ein. Diese Rollläden müssen immer motorisiert sein. Und alle Panzerprodukte, wir erinnern es immer, wir sagen es immer, wir erinnern gerne daran, ein Produkt, das gepanzert sein soll, muss sehr schwer sein. Glauben Sie nicht an leicht gepanzerte Produkte, die gibt es nicht. Wir können einen Rollladen mit manuellem Antrieb mit Knopf oder einen Rollladen mit RTS-Modul montieren. Was bedeutet RTS-Modul? Es bedeutet, dass wir es mit einer Fernbedienung verbinden können, eine App auf dem Mobiltelefon installieren und beginnen können, unsere Haustechnik zu automatisieren, also unser Zuhause intelligent zu nutzen, aber immer mit maximalem Schutz für Sie und Ihre Lieben vor Taschenlieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.